Markus Weinzl, du bist seit Anfang Oktober Trainer des 1. FC Nürnberg. Wie blickst du auf die vergangenen knapp drei Monate zurück? Bereust du die Entscheidung schon, zum Club gewechselt zu sein? Nein, natürlich nicht. Ich bin sehr glücklich darüber, hier zu sitzen. Es waren spannende Wochen. Es war ein harter Einstieg und mit zwei englischen Wochen, auch mit dem Pokalspiel, haben uns den Aufgaben gestellt, haben es ordentlich zufriedenstellend irgendwo mittelmäßig geschafft. Aber wir wollen es natürlich verbessern, wollen es besser gestalten. Wichtig war der Sieg gegen Paderborn zu Hause. Da hat man gesehen, was die Mannschaft auch kann und das als Basis zu sehen für die kommenden Monate und das zu verbessern, ist die Aufgabe. Du sprichst es an, der Auftakt war schwierig. Du kamst nach dem 0 zu 3 in Karlsruhe. Was hast du für eine Mannschaft vorgefunden bzw. was waren so die ersten Maßnahmen, die du für dich identifiziert hast, um eben der Mannschaft wieder helfen zu können? Ja, die Mannschaft war natürlich unzufrieden, auch mit den Ergebnissen in Karlsruhe 3 zu 0 zu verlieren, auch in Darmstadt 2 zu 0 zu verlieren und immer wieder viele Gegentore zu bekommen. Das war der Startpunkt und ich habe es leider im ersten Spiel auch nicht besser geschafft, weil wir 3 zu 2 verloren haben. Aber die Erkenntnis war wichtig, dass es so eben nicht funktioniert, wenn du jedes Mal zwei, drei Gegentore bekommst. Das musste abgestellt werden, das haben wir geschafft. Insgesamt dann wirklich defensiv stabil agiert, mit einem guten Torhüter, häufiger auch zu Null gespielt und dann ging es jetzt auch noch darum, Tore zu erzielen, weil beides zusammen passen muss. Das ist uns gegen Paderborn mit zwei Toren zu Hause dann gelungen, aber es muss eigentlich immer so sein, dass wir auch Torgefahr entwickeln und das haben wir in zwei, drei Spielen eben nicht so gut gemacht und sehr defensiv stabil zwar gestanden, aber ohne Effektivität oder ohne die große Anzahl an Torschancen sind in der Offensive und beides gehört zusammen und beides wollen wir jetzt hier arbeiten, verbessern und in der Rückrunde zeigen. Du sprichst es an, auch von außen betrachtet war natürlich gleich erkennbar eben nach dem Kiel-Spiel vier Spiele in Folge zu Null gespielt, also der Fokus auf der Defensive. Ist auch das jetzt, was du angesprochen hast, der Augenmerk für die Rückrunde, das Augenmerk zu sagen, wir gehen jetzt auch, schaffen diese defensive Stabilität, aber eben auch diese offensive Durchschlagskraft vorne, dass wir daran noch arbeiten. Beides brauchen wir, um das geht es, die Balance zu finden, aber ich bin überzeugt davon, dass die Defensive die Basis sein muss und Tore nach vorne. Kann man auf verschiedene Weise dann auch immer wieder erzielen, aber wichtig wird es sein, ihm wenig zuzulassen und ja, je höher die Anzahl an Torchancen dann auch ist, umso mehr Tore werden wir erzielen, aber beides gehört zusammen, beides zu vereinen mit dem gewissen Maß an Risiko und mit dem richtigen Maß vor allem an Risiko, das müssen wir hinbekommen. Wenn man auf die Bilanz blickt, sieben Spiele hast du in der Liga mit dem Team bestritten, neun Punkte geholt. Wie zufrieden bist du da? Wo sagst du, gibt es noch Optimierungsbedarf oder ist die Punkteausbeutung am Ende im Moment dem geschuldet, dass die Mannschaft eben diese Konstanz noch vermissen lässt? Ja, es waren auch ordentliche Gegner, es waren schwierige Spiele mit dabei, von daher hätten wir gerne mehr Punkte geholt, aber für den Anfang war es jetzt so, auch weil wir im Pokal gewonnen haben, dass wir schon damit leben können. Dass ich jetzt auch nicht jubeln durch die Stadt laufe, ist auch klar, aber es war besser wie zuvor, es war stabiler wie zuvor und es geht nicht von heute auf morgen. Die Gegner sind auch alle gut, vor allem in der zweiten Liga haben sie ja alle Qualität und die Spiele sind immer eng. Von daher gilt es jetzt, das Begonnene fortzuführen, es zu verbessern und zu stabilisieren. Du sprichst es an, wenn man auf die Tabelle guckt, nur zwei Punkte Vorsprung auf den Tabellenletzten, der Rückstand nach vorne ist auch nicht immens, also die zweite Liga enorm ausgeglichen. Da kann man sich eigentlich gerade in der Rückrunde keine klassische Schwächephase erlauben, oder? Nein, aber das ist zweite Fußball-Bundesliga. Also es ist ja so, dass von Platz 10 bis Platz 18 glaube ich nur drei Punkte sind. Also von daher, es kann jeder jeden schlagen und es ist spannend, da sind viele Mannschaften ganz eng zusammen und da sind wir mittendrin. Das wissen wir und deswegen ist es glaube ich auch richtig, sich auf die eigene Mannschaft zu konzentrieren, unsere Stärken da herauszukitzeln und Fehler gilt es zu vermeiden. Das ist auch klar, aber eben am Limit in den letzten drei Prozent zu arbeiten, da liegt vor allem in der zweiten Liga das Geheimnis, um erfolgreich zu sein. Wenn man auf den Start blickt, Auftakt gegen St. Pauli, dann das Derby direkt und anschließend das Pokal-Achtelfinale, wie sehr kribbelt das auf der einen Seite sich auf die Spiele, also dass die Vorbereitung irgendwann zu Ende ist und die Saison weitergeht nach der langen Pause und andererseits, wie schwierig ist es vielleicht auch oder ist es vor oder nachteil, wenn man gegen vermeintlich direkte Konkurrenten startet, die in der Tabelle um einen drum herum stehen? Wir wissen, dass wir mit dem Startprogramm ja einen richtigen Schritt gehen können und es sind alles Mannschaften, die eben in der Tabelle da in unserer Nähe sind, auch Regensburg dann als Heimspiel und da ist es so, dass wir ja wenig Fahrtkilometer haben. Wir werden zu Hause spielen und werden in Fürth spielen, haben im Pokal auch einen riesen Schritt vor uns, den wir gehen wollen, den wir unbedingt gehen wollen und ja, das ist eine riesen Herausforderung und das liebt jeder Spieler und sich da jetzt im Derby dann zu zeigen, vorher zu Hause gegen St. Pauli, hoffentlich erfolgreich in die Rückrunde zu starten vor den eigenen Fans, da können wir gleich große Schritte gehen und die wollen wir mit allem, was wir haben, dann auch schaffen. Fehlen werden definitiv die Langzeitverletzten, um Christian Martenia, Erik Weckesser oder auch James Lawrence, die sich im letzten Spiel alle verletzt haben. Wie bitter ist sowas dann gerade und mit Hinblick auf eben die Verstärkung, wie zufrieden bist du, dass so schnell Ersatz oder zumindest Verstärkung generell für die Mannschaft gefunden werden konnte? Wir haben den Sieg gegen Paderborn sehr teuer bezahlt. Erstmal war es unheimlich wichtig, natürlich diese drei Punkte im letzten Spiel zu Hause zu holen, war ja total wichtig, aber umso bitterer war es dann trotzdem, dass eben diese drei Spieler sich so schwer verletzt haben. Das habe ich auch selten so erlebt, in einem Spiel drei Langzeitverletzte mit vier bis sechs Monaten zu haben. War sehr, sehr bitter, aber wir haben jetzt eben das Beste draus gemacht und haben Neuzugänge geholt, haben die Ausfälle versucht zu kompensieren, werden wir sehen. Die ersten Eindrücke sind sehr, sehr positiv, aber klar hoffen wir, dass die drei auch schnell wieder gesund werden und schnell wieder bei uns sind. Zum Abschluss dann noch die klassische Frage, wenn du zurückblickst, was war dein persönliches Highlight in den drei Monaten beim Klub? Gibt es ein Spiel, einen Moment vielleicht, den du rausgreifen kannst für dich? Alle erfolgreichen Spiele waren vor allem schöner, wie die nicht so guten oder wie die Niederlagen, aber im Endeffekt waren es in der Liga zwei Siege, zwei Niederlagen, drei unentschieden im Pokal weitergekommen, also im Endeffekt positiv mit drei Siegen, aber das letzte Spiel war jetzt schon nochmal so, wo ich große Hoffnungen daraus ziehe, weil ich gemerkt habe, dass die Mannschaft es nochmal unbedingt wollte, dass sie auch über den Punkt drüber gehen konnte im letzten Heimspiel und auch gut gespielt hat, auch verdient gewonnen hat. Und dann hat man gesehen, auch nach dem 2-0, welche Last von den Spielern gefallen ist. Die haben wir uns zwar dann irgendwo wieder selbst eingebrockt mit dem 2-1, aber man hat gesehen, dass das für die Spieler in dem Halbjahr auch vom Kopf her nicht so einfach war. Mit dem 2-0 haben wir auf einmal mit der Hacke gespielt und Doppelpass gespielt. Da hat man gesehen, dass eine gewisse Leichtigkeit wieder zurückgekommen ist und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir jetzt mit harter Arbeit das in der Vorbereitung verbessern können und hoffentlich gut starten und die Jungs dann ihr volles Potenzial auf den Platz bringen. So ein Jahreswechsel ist ja auch immer so eine Möglichkeit zu sagen, ich nehme irgendwas mit, an Vorsätzen beispielsweise oder Wünsche fürs neue Jahr. Wie sieht das bei dir aus? Vorsätze, ja. Ein bisschen Gewicht zu arbeiten, ein bisschen mehr Krafttraining für mich selber, dass ich stabiler bin. Aber im Endeffekt geht es darum, dass alles jetzt gut war, finde ich. Die letzten Monate persönlich auch mit dem Klub glaube ich schon, dass wir zuversichtlich sein können. Ich habe es angesprochen, mit dem Paderborn-Spiel blicke ich zuversichtlich in die Rückrunde und dann gilt es einfach in den letzten drei Prozent die Jungs dahin zu bekommen, dass sie Vollgas geben können und dann werden wir das Glück auf unserer Seite haben und dann werden wir auch gemeinsam schöne Momente haben. Da wünschen wir dir viel Erfolg dabei und natürlich erstmal entspannte Feiertage und ein bisschen durchschnaufen, bevor es dann in die Endphase der Vorbereitung geht und dann in die Rückrunde. Vielen Dank, liebe Grüße.